so da sind wir wieder zurück ich zeige euch direkt wo wir hier sind nämlich genau da sind wir ich habe sie endlich gefunden also ohne quatsch wie soll mir die da finden ja gut man muss halt suchen aber wie findet ihr das ganze das da wo hier diese wasserstelle ist dann hier unten in dem raum so ich zeige euch das ganze noch mal gerade von oben ich war einfach der falschen stelle so sagen ich zeige es noch mal hier ist die busstation da ist der bus drin ihr guckt hier richtung mitte und ihr seht hier wo das wasser ist in dem gebäude unten drin da werdet ihr die waffenskizze finden und da könnt ihr die dann platzieren ist nicht so einfach zu finden war ein bisschen schwieriger würde ich sagen ich habe auch eben kurz bei youtube selber nachgeguckt noch keine lösung gefunden ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen lasst natürlich gerne leichter wenn du kein abonnent ist gern aber raus und und in dem sinne würde ich sagen wir uns bei der nächsten aufgabe und